Für mich bedeutet mein Heimatserver, dass es unglaublich viele Möglichkeiten an gemeinsamen Projekten gibt. Dadurch, dass jeder seine eigenen Ideen mit einbringen kann, ist unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Für mich bedeutet mein Heimatserver, Freunde gefunden zu haben, die für mich zu einem Teil meiner Familie geworden sind. Man fühlt sich vertraut, geborgen und verstanden. Mein Heimatserver ist nicht nur ein Server. Er enthält mein Herz, mein Club. Denn mein Club ist nicht nur ein Club. Er ist ein Teil meines Herzens. Für mich bedeutet mein Heimatserver, Menschen gefunden zu haben, die dieselben Interessen mit mir und anderen teilen. Jeder einzelne von uns ist ein Teil der Community und wir halten zusammen. Die ersten Aufgaben, die ersten Freunde, der Club und ihr da draußen, das sind die Erinnerungen, die ich mit meinem Server verbinde und nicht missen möchte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.